So, Ruhe. In der Kartonage. De Blamage. Hm, whatever. Ich hasse diese dicken Dinger. Alter, der hat... Er hat im Übrigen den ganzen LKW ausgefüllt. Noch irgendjemand? Ohne gültige Fahrerlaubnis. Gleich. 20.000 haben wir doch jetzt schon wieder. Ich glaube, ich muss mal ein paar Granaten hier loswerden. Ich habe so viele. Mann, ich habe wirklich viele. Ich bin ja auch vier Stück. Das hat Boom gemacht. Das wird jetzt noch mehr Boom machen. Und da kommen noch ein paar. Hauptsache, gesprengt. Wie sind die von diesen fetten Zombies laufen denn hier noch rum? Das ist hier irgendwo ein bestimmtes Fast-Food-Etat-Vision in der Nähe. So. Mag mal eine Kanade. Der kam ein bisschen von der falschen Seite gerade aus. Natürlich geschossen, aber... Hier ist nichts. Okay. Okay, 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 okay. Ey, die geben mir gar keine Punkte. Ach, dann leck mich doch. Leck mich doch an der Popperze. Okay, wir können ja noch was kaufen. Granatwerfer will ich noch nicht. Noch sind wir bei der Schrote noch nicht fällig. Und bei dem Ding. Und wir sind pleite. Ganz ungutes Gefühl. Ganz ungutes Gefühl. Spitchies! Mann! Okay, Spitchies auf Entfernung. Das geht noch. Hier noch eine. Was ist das? Lauter bei meinem Spiel. Nein. 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 Huh, das Ding ist witzig. Aber man muss es ja nicht übertreiben. Vielleicht die ganze Mutation, dass wir verschlecken. Oh, da brennen welche. Oh, da brennen welche. Nicht, dass das nachher wieder so ein Ding wird, wie im letzten Kapitel. Von wegen der Friedhof der Friedhof der Unbekannten. Äh, unbedankten. Das empfand ich als nicht witzig. Aber da war so viel los. Ach, ja, ich verbrenne mich selbst. War klar. Ich wusste es. Ich wusste es. Ich wusste es. Alles nochmal. Die Spuckis, die könnten sich gleich, äh, verpies sein. Weil die mag ich nicht. Goddammit. Ich wusste es. Ich wusste es. Alle mögen fallen vor meiner SMG. Oh, molly! Nice, nice, nice. So. Bleibt weg von mir, ihr brennt! Okay, das hat jetzt. Ach, leck mich. Rifle ist immer schön anzusehen. Alle der reine. Ich hab genug Patronen für euch alle. Ach, wo kommen die? Okay, das ist eigentlich ein bisschen anzusehen. So! Lobby! Geht weg! Stinkenden Substanzen! Okay, der ist down. Schnauze! Du auch! Ich wollte gerade sagen, wo ist die alte Drecksaufe? Ach, wie ich diese Einis hier mag. Ach, wie ich diese Einis hier mag. Ach, wie ich diese Einis hier mag. Oh, wir haben kurz gebrannt. Ich weiß, dass ich den rechten Stick zum Schießern missbrauchen darf. Oh, leck mich. Yes, Mission Ende. Gott sei Dank. Oh, come on.